Herzlich Willkommen zu Bestform spielt Minecraft und wir haben was gefunden. Tada! Wir sind Epex, der ist hier und freut sich mit uns und Wellentechniker ist auch wieder dabei. Hallo! Und wir haben tatsächlich was gefunden, ein tiefes Loch im Boden. Und dann dachte ich, geh wir noch da mal runter. Ich sortiere mein Inventar noch kurz. Ich kann ja an Kohle nie vorbeigehen. Auch wenn es noch so häufig ist, ich kann es nicht. Ich habe auch so ein bisschen das Problem damit. Jetzt guck mal nur, dass wir hier, oh da geht es ganz schön tief runter. Ich glaube, wir müssen uns eine Nottreppe bauen. Weil ich bin kein so Freund davon, von einfach runterspringen. Da verbaut man sich gleich direkt den Fluchtweg. Oh, irgendjemand hat sich einen Helm gebaut irgendwann mal. What? Ich nicht. Und ich habe ihn aufgesammelt. Tada! Ah, nein, den hat ein Zombie gedroppt. Ah, okay. Die droppen mittlerweile auch Armorteile. Tatsächlich! In der Tat nicht. Jungs, könnt ihr mir helfen? Hier ist ein Skelett und ein Creeper. Ich stürze mich... Direkt hinter dir. Ah, gut. Und den Zombie habe ich auch gerade gehört. Hat jemand einen Bogen dabei? Ne, ich glaube, wir haben noch keinen Bogen. Ich habe einen, äh, Zombie. Ja, Zombies machen mich noch nicht so unruhig. Aber ich habe, meine ich, gerade einen Creeper unten gesehen. Aber es kann auch sein, dass es der Zombie war, der nur so grün irgendwie schattiert war. Was geht mit der Spinne hier? Mit welcher Spinne? Wo ist eine Spinne? Ich glaube, Spinnen hängen öfter. Oder was macht die? Wo siehst du eine Spinne? Ah, er sieht sie offenbar nicht. Ja, nee, aber du hast mir noch nicht gesagt, wo. Ja, hier. Ich sehe hier keine Spinne. Hier ist eine Spinne bei mir. Ja, da ist eine Spinne. Ich sehe sie auch. Sie ist ganz groß. Lass uns mal da lang gehen. Im Ernst? Ich mache dir einen Screenshot. Ja, nee, ich glaube es dir. Ja, ja, da war eine Spinne. Ich habe sie doch auch gesehen. Keiner glaubt mir. Hast du deine Pillen heute Morgen genommen? So. Ein Creeper. Ui, das tat weh. Also euch, nicht mir. Aber ihr lebt noch, das ist gut. Und ich fühle mich schon wieder wie im Jumping-Puzzle. Ja. Das geht wirklich sehr tief rein hier. Ja, weil das mal nicht spannend ist. Ja, ja. Und diepa, diepa. Ja, aber irgendwie kommt nichts hier. Also, es geht zwar tief rein. Sackgasse. Ihr wisst die kleinen Dinge nicht zu schätzen. Welche kleinen Dinge? Ja, die Kohle. Ach, du brauchst doch jetzt nicht jeden einzelnen Kohlenblock auf den Weg ab. Ach, ja, dann, ähm, dann gehe ich mal hier ins Dunkel. Also, ich versuche einigermaßen die Fackeln rechts anzuordnen, aber so, wir laufen hier gerade so kreuz und quer. Also, ich finde, das funktioniert ganz gut. Muss mir nur mal neue machen. Also, ich habe ja jede Menge Kohle. Ich auch. Hier geht's wieder hoch. Oh, ein, oh, zwei Skelett. Oh, die machen, glaube ich, was, die machen was Unanständiges, so wie die da stehen. Oh, oh, mein Schwerd ist kaputt. Nimm das! So. Das liebe ich ja. Mitten im Kampf geht die Waffe kaputt. Ja, das ist super. So, ich mache jetzt hier mal Erkundungen. Ich lasse jetzt hier mal das ganze Eisen liegen. Das macht mich ja wahnsinnig. Ja. Ah, ich glaube, wir haben jetzt in den Kreis gelaufen. Da hinten sehe ich wieder unsere Lampen. Da kommt auf jeden Fall ein Zombie. Ich habe keine Fackeln mehr. Grandios. Ah, die kann ich aber, die kann ich ja basteln. Ich habe noch genau einen Stick. Yes, vier Fackeln. Warte, ich kann dir Fackeln geben. Moment, ich habe jetzt erstmal wieder vier. Boah, da ist ja jede Menge Kohle. Du baust überall Kohle ab. Lass uns mal hier lang. Ich habe es mal hier lang, genau. Ich versuche jetzt mal, euch zu finden. Wow. Ja. Also irgendwie ist es doch sehr, finden wir jemals wieder raus. Wo seid ihr denn hin? Die Höhle hört hier auf. Nein. Wir sind nirgends irgendwie durch Wand gelaufen. Wo bist du denn? Ich sehe deinen Namen gar nicht. Also theoretisch müssten wir ihn finden, wenn die hier lang laufen und dann hier. Und da ist wieder die Pseudo-Spinne. Wo bist du? Hier hoch. Hier hoch, würde ich sagen. Aber ich müsste doch deinen Namen irgendwo mal hier so aufleuchten sehen. Siehst du unsere Namen rumlaufen? Moment, ich drehe mich mal um. Verschollen. Nein. Verschollen. Wo bist du jetzt, Matthias? Verschollen. Ich laufe hier einfach mal kürz und quer durch. Ah, ich glaube, habe ich da... Da ist er. Wo? Uhu. Da oben. Ah, hallo. Komm mal hinter mir her. Ich laufe jetzt fast hoch den Weg. Ah, da ist auch der... Ah, sehr schön. Jetzt haben wir uns alle wieder zusammen. Im Glück. So. Dann lass jetzt mal die Kohle liegen. Nein. Doch, tu es. Du musst loslassen lernen. Du musst es loslassen. Immer diese Überflussgesellschaft. Ich finde das manchmal echt... Das können wir dann noch irgendwann mal abbauen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier noch... Oh, ein Creeper. Und auch jede Menge Eisen. Ja, mach ruhig dunkel. Das ist gut. Das sehen wir nichts mehr. Heldenhaft. Ach ja, dass er das überlebt hat. Oh, da ist ein Enderman. Wie sind solche Helden hier? Das ist Wahnsinn. Ah, hier sind wieder Fackeln von uns. Ja, genau. Da sind wir so einmal im Kreis. Aber da geht es hier noch wesentlich weiter runter. Moment. Nie... ...einen Vorsprung zurücklassen, bei dem man nicht mehr hochklettern kann. Wollen wir vielleicht erstmal hier hinten? So? Oh, was? Was? Hier? Oh, hier? Nein, da oben. Was willst du da oben? Ach, da hoch? Ja, von mir aus achten da unten ist ein Skelett. Ja, hier war vor allem ein... Ah, hier sind ganz viele Endermänner. Für die gibt es aber keinen Spawner, oder? Doch. Ich sterbe. Yeah. Ja. Ich komme dann mal zu... Oh, es ist dunkel. Ja, ich sammle jetzt mal dein Zeug hier auf. Ja, wir kommen hier, ja. Selbstbedienung. Genau, ihr sammelt das mal auf. Ich versuche zu euch. Soll ich irgendwas mitbringen? Ein bisschen Essen wäre gut. Holz, Holz, Holz. Also Sticks. Findest du überhaupt noch hier unten? Wenn wir hier so... Holz und Essen, ja. Holz und Essen wäre zauberhaft. Ein Schick. Mehr haben wir nicht? Nee, mehr haben wir nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht mal gebraten, oder? Doch, doch. Das habe ich vorhin noch gebraten. Okay. Naja. Ich sollte auch Steaks getroppt haben. Hast du? Ähm. Ah ja, drei Stück habe ich hier drin, ja. Ich gehe jetzt hier einfach mal noch todesmutig weiter runter. Das Problem ist, wir haben Nacht. Vor unserer Haustür stehen drei Endermänner, zwei Creeper und weiß Gelände. Ja. Sollen wir dich retten kommen? Nee, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich muss nur überlegen, wo wir... Ich habe jetzt dann total die Orientierung verloren. Ich laufe und laufe und laufe und das Ding geht immer weiter. Das ist ja unfassbar. Oh, um Himmels Willen, hier geht es noch weiter runter. Ich drehe mal um. Ach, ah, da kommst du hinterher. Gut, dann brauchen wir doch nicht umdrehen. Ja, ich baue halt ab und zu mal was ab. Ja, ja. Darum geht es, glaube ich, in diesem Spiel. Ach, ist überbewertet. Oh, das ist ein ganz schön großer Raum hier, wa? Ja, das sieht fast so aus. Ich hoffe ja immer noch auf einen Dungeon hier mal. Also so ein Spawner drin. Sag mal jetzt, also... Dafür, dass wir erst mal gar nichts gefunden haben... Haben wir jetzt die Megahöhle. Ah, Sackgasse. Ich bin ja fast schon froh drüber. Moment, wenn wir dann Sackgasse sind, dann kann ich aber das Eis nicht jetzt auch noch mitnehmen. So. Oh ja, gegen den Strom anschwimmen, das mag ich ja am liebsten. Ah, mein Held. Ich hab mal das Wasser abgestellt. Mein Held. Lass die Kohle liegen. Ich hab's schon gesehen. Du hast dich schon gebückt. Ah. Lass mal ein Schwert hier nehmen. Oh, mein Schwert ist jetzt dann auch bald schon durch. Ah, ich hab noch zwei Steinschwerter. Puh, dann gehen wir doch mal in die Richtung, oder? Mhm. Ich glaub, ich stell hier gleich mal am Anfang das Wasser ab. Das ist ein kluger Einfall. Schon wie ein Skelett. Wo ist es denn jetzt hin? Oh, ah, da. Oh, zwei. Oh, zwei. Ja, jetzt ist mir auch das Schwert kaputt gegangen. Ah, ich muss mir erst mal ein Schwert machen, bevor ich zu euch komme. Du bist noch nicht mal losgelaufen. Ich dachte, du bist schon lange auf dem Weg. Ja, doch, aber ich musste umdrehen. Hm. Nachdem mich fünf Creeper verfolgt haben und zwei Skelette, war das dann doch ein bisschen viel. Stay down! Tja, äh, das ist Cobblestone, den du da wahrscheinlich hingemacht hast, oder? Das ist nicht irgendwie Anzeichen für ein... Jaja, da hab ich ein bisschen übertrieben mit, äh, Wasser zumauern. Okay. Schauen wir mal hier, da waren wir auch schon unten. Ah, so langsam... Oh, Kohle. Ja, gehen wir mal hier noch lang. Meine Güte, ey, das ist ganz schön ausufernd hier. Und sehr viel Eisen. Also, um Eisen brauchen wir uns keine Gedanken machen, wenn wir hier mal wirklich, äh, durchfarmen. Braucht ihr Holz oder braucht ihr Planks? Also eigentlich nur Sticks, um eben Werkzeug noch ein bisschen zu bauen. Okay, also Planks. Hier ist Lava. Spring! Ich mach dir mal lieber zu. Oh, da ist noch wesentlich mehr. So, das heißt, es wird gleich dunkel. Ja, das war sehr geschickt. Auch das Sackgasse. Also langsam leuchten wir hier alle Sackgassen aus. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste. So, ähm, jetzt hab ich keinen, äh, schwarzen. Hier liegen zwei Kohlerumpf, zwei abgebaute. Die hast du, hast du die hinterlassen? Ja. Ja, ich glaube, die sind ja durchgefallen durch die, durch die Wand hier oben. Wo bist du denn? Jetzt, warte, ich komm gleich hier. So, da. Ähm, ich glaub, wir sind hier durch. Ah, da ist noch ein dunkler, dunkles Eck. Man hat's als Perfektionist in Minecraft echt schwer, weil, wenn ich hier so einen Kohleflöts abgebaut hab, dann muss ich natürlich auch den Boden wieder zumauern, dass man nicht reinfallen kann. Oh, es hat geknallt. Ja, ja, das war ein Creeper vor mir. Can't talk this. Ah, schön. Bin mir nicht sicher, wo der Eingang dieser Höhle war. Moment. Look at how much, äh, überrascht I am. Ah, ich glaube, wir haben hier wirklich gerade alles ausgeleuchtet langsam. Ja, ich glaube auch. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen mal so Richtung... Wir holen mal einen kleinen Epex aus dem Kinderparadies ab. Ja, genau. Hier ist noch dunkel, aber ich glaub, das ist nur eine kleine Sackgasse, ja. Noch lacht ihr. Bist ihr feststellt, dass ihr nicht rauskommt. Doch, doch, wir müssen einfach nur die Fackeln immer links von uns lassen, was wir genau gerade das Gegenteil tun. Hast du gesehen, wie, ähm, wie ich hier an dem, an dem Kohlezeug vorbeigegangen bin? Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so unfassbar stolz auf dich, ja. Hier ist noch mehr. Wo sind wir denn hier jetzt hergekommen eigentlich? Na, hier? Ach, das ist da, glaube ich, wo Epex... Nee. Hat er da seine Spinne gesehen? Man weiß es nicht. Aber hier ist Wasser und da sind die Fackeln links. Dann, das sieht doch schon mal gut aus. Das funktioniert eben nur, wenn jeder von uns das konsequent macht mit dem Fackeln setzen, ne? Also ich hab mich bemüht. Oh, hier ist noch eine dunkle Ecke. Dann setz ich doch gleich mal hier noch ein paar Fackeln links, äh, rechts hin. Hier hat's wieder, hier hat's gedröhnt. Hier muss irgendwo so ein Dungeon sein. Das ist, also da... Wo bist du jetzt hin? Ähm... So nach unten durch so ein... Nee, eher oben. Warte, das war auch eine Sackgasse. Ich lauf mal schnell zurück. War der Eingang bei einem Berg, oder? Da waren so... Ja, ja, wir waren in dem Berg. Da waren so würfelförmige Blocks. Ideal. Ja. Wo gucken wir jetzt auch noch dunkel? Die Kohle, die Kohle. Sackgasse. Ja, so langsam haben wir es hier, aber... Alles weiß, das behaupte ich schon seit 10 Minuten ständig. Hier ist noch dunkel. Ey, ich hab volles Dschabin. Ah, schön. Ah, das ist, glaub ich, die Ecke, wo ich reingefallen bin. Also ich hab irgendwie auch die Vermutung, dass es hier sehr viel mehr Ressourcen gibt, als in meinen Höhlen immer. Gell? Also es kommt mir auch so vor. Aber es ist... Oh, jetzt hab ich keine Fackeln mehr. Ich hab noch 12. Raub! Ähm, hast du Sticks oder Wood irgendwie? Können wir uns welche basteln? Ach, Sticks. Ah, guck mal, ich hab Sticks und ich hab auch Kohle. Okay. Ich hab wieder 48. Ach, du hast Kohle. Ja, ja, ja. Sonst hätte ich auch noch ein bisschen. Ah, guck, da war auch eine Sackgasse. Naja, okay. Bau lieber das Eisen ab, das ist wichtiger. Ja, mach ich doch. Du rennst ja nur durch. Ja. Wie so ein japanischer Tourist. Ich bin so, wenn ich so in so... Wenn ich, äh, in so Höhlen bin, dann ist meine erste, äh, Reaktion immer erst mal alles ausleuchten und erkunden und dann anfangen, äh, zu sammeln. Mhm. Ja, das Wasser können wir eigentlich auch mal stoppen. Wie sagt Drollen oder wie er heißt? Stop! Gubi Pilsack. Oh, ich hab mir erschärft. What are you doing? Water, stop! Habt ihr das mitbekommen von, ähm, von, von irgendeinem Disneyland? Ja, die, das ist tatsächlich so eine Figur, äh, da... Ja. Total cool. Ich weiß echt nicht, was da dran ist. Bin mir nicht sicher, ob sie die Tragweite von diesem Meme erfasst haben, aber... Auf jeden Fall sehr cool, ja. Ja, ja, jetzt haben wir schon mal einen Namen für die Episode. Water, stop! Ich sehe euren Namen. Dann sind wir wahrscheinlich ungefähr... Direkt... Ah, guck mal, da ist er. Ne, das ist... Ah, ne, Wellentechniker war nur... War nur teilweise ausgegraut, deswegen dachte ich, das sei auch deiner. Wo siehst du unsere Namen? Unter dir? Ja. Okay, warte mal, dann graben wir doch hier grad mal nach oben. Vielleicht... Mal direkt nach oben. Hm, ich flieg einfach. Ja. So wie immer. Natürlich. Aber wo ist der Eingang zu dieser... Rack... Rack... Ah, Creeper. Ja, ich grabe einfach zu dir. Wenn du sagst, er ist ein Creeper, dann macht das gleich die Sache noch viel attraktiver. Ich gehe einfach mal hinter dir her. Hm. Ah, das sieht... Ne, doch nicht. Hier kommt nix. Ich hätte eigentlich jetzt damit gerechnet, dass ich hier mal an Oberfläche bin. Ich sehe auch deinen Namen. Ah, da! Ne, wir sind doch viel zu tief. Überleg mal, wie weit wir runter sind. Dauert schon noch ne Weile. Ne, weil er gesagt hat, wir seien unter ihm. Das hat so ein bisschen den Eindruck gemacht. Aber ich sehe... Grabe jetzt einfach mal direkt runter. Ja, ne, warte, ich habe deinen Namen ja gesehen. Wir graben uns hier so eine kleine Treppe nach oben. Ich lasse graben. Ja. So ist recht. So, und ich habe hier eine Stufe ausgelassen. Damit kannst du jetzt... Damit kannst du jetzt... Deal mit dir. Moment, ich muss hier was gradigen. Du, du setzt dir immer hinter mir noch eine Stufe, damit es bis ganz unten wieder stimmt. Oh, cool. So. Grad nochmal einen zusätzlich. Ich hasse es ja auch, aber ich möchte jetzt einfach mal hier oben ankommen. Mhm. Ähm, wir könnten auch irgendwas aus Kobbel bauen. Jetzt, wo wir ungefähr 2000 Blocks haben. Ja. 12 Trillionen. Ah, Licht. Ah, Tag. Oh, und ich werde gleich angegriffen. Ach, das ist nur von dem. Was hast du denn in der Hand? Ach, es sah erst aus wie ein Schraubenschlüssel. Oh, wo ich das gerade sehe? Moment. Warte mal, ich markiere uns das mal hier. Ähm, ja, aber wir sind nicht hier hinten rein. Soll ich dir mal zeigen, wo wir rein sind? Ich hab da Fackeln hingesetzt, wo wir... Achso, nee. In unsere alte Höhle hab ich Fackeln. Ja, ich wollte jetzt nochmal kurz gucken, weil du von den Eingang nicht gefunden hast. Aber wir sind, glaube ich, hier hinten rein. Mhm. Hör mal stehen. Ich glaube, du hast gerade... Was? Was hab ich? Oh, ich hab den geackrot. Mein Hund greift dich an. Ich sterb gleich. Sitzt, Fiffi. So. Das war dein Hund. Aber ich hatte ihn doch getamed. Er kommt direkt auf mich zu. Das heißt, du hast gerade Hunde getamed, während wir hier unten unser Leben aufs Spiel gesetzt haben. Ja. Mhm. So. Ja, ich würde sagen, das war ein kleiner erfolgreicher Ausflug, wenn wir auch keinen Dungeon gefunden haben, aber zumindest mal eine Höhle. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Sache hier jetzt wieder. Und sagen brav alle mal, äh, tschüss. 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 Vielen Dank.